Na, sehr schön. Du kannst beim Telefonieren ruhig auch mal atmen. Du musst deinem Gegenüber das Gefühl geben, er könnte sich jederzeit am Gespräch beteiligen. Magst du eigentlich deinen Vornamen? Benutz ihn. Du hast ein schönes Lächeln. Danke. Dein Lächeln ist dein Kapital. Also, neuer Anruf, neues Glück. Ja, bleib ganz bei dir. Dann läuft das schon. Was wünschen Sie? Zehn Millionen von diesen? Das geht nicht. Doch. Oder? Ja. Ja. Ich hab dir den Sarapostro mitgebracht. Cool. Damit kannst du den wichtigen Dingen auf den Grund gehen. Du meinst sowas wie Essen? Ich mein sowas wie Stolz. Aha. Okay, lass uns essen gehen. Ja, lass uns essen gehen. Okay. Okay. Ich hab dir doch mal gesagt. Ja. Ja. Noch mal anschließen. Komm, ich gehe in der Wach. Auf, auf. Auf, auf. Ich geh dann rein. Hast du was gegen Hans? Spinnst du? Der checkt das nicht. Was? Mit deiner Krankheit? Was hat das jetzt damit zu tun? Der Kerl ist ein Arschloch, aber du bist ja ganz anders. Bis später. Ich hab das doch nicht so gemeint. Und, Alter? Was geht? Bald bist du weg, oder was? Was soll denn das eigentlich? Was soll was? Was hast du denn für ein Problem mit Marie? Mann, ich hab kein Problem mit Marie. Die ist ansteckend, sonst nix. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Was ist denn mit dir passiert? Was? Du bist nass. Ach so, ja. Ja. Bald ist wieder Hurricane. Ach nee. Sommer, Sonne, Weiber. Weißt du noch letztes Jahr? Mhm. 60 Bands? 60. 50.000 Leute? Das ist geil. Hey. Saufen? Grillen? Rock and roll. Yes. Du bist nicht dabei, du Lusche, oder? Nee. Ja, ich muss mal was anderes machen. Verstehst du? Nachdenken und so. Wie nachdenken? Über was willst du nachdenken? Hm. Ja, ich muss mal was. 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 Untertitelung des ZDF, 2020